Noch hat der Nikolaus in Dammel Zeit, um Fußball zu spielen. Doch das wird sich bald ändern und deshalb braucht er Unterstützung. Denn Dammel sucht das Christkind. Es ist eine gemeinschaftliche Aktion vom HGV, Kunst- und Kulturkreis und Stadtmarketing, um einfach unsere Stadt in der vorweihnachtlichen Zeit zu beleben. Bis zum 17. November können sich Mädchen ab 10 Jahren per E-Mail christkind-at-damel.de mit einem Foto und einer kurzen Beschreibung bewerben. Ein echtes Highlight für die Bürger in unserer Stadt wird ein riesiger 12 Meter hoher Tannenbaum sein, der mit über 7000 Lämpchen und 600 Kugeln vor der Scheune Leiber stehen wird. Und das Christkind darf dann am 27.11. um 17.30 Uhr den Tannenbaum das erste Mal zum Leuchten bringen. Dort gibt es in der Adventszeit von Freitags bis Sonntags auch Speisen und Getränke. Außerdem können Kinder bis zum 27.11. ihre Stiefel in den Dammel Geschäften abgeben und bekommen diese gefüllt vom Christkind zurück. Und zwar am 5.12. auf dem adventlichen Markt, der von der Hauptschule organisiert wird. Und wer heute Abend noch nichts vor hat, der ist herzlich zu Feuer und Flamme in der Innenstadt eingeladen mit einem Late Night Shopping bis 22 Uhr. �� Im